Es gibt nur eine Art, wie du errettet werden kannst. Du musst die Angst überwinden. Was können mir die Menschen schon tun? Braucht ihr Hilfe? Ich habe meinem Kumpel angeboten, dass er ein bisschen bei uns bleiben kann. Aber wieso hast du mich nicht gefragt, ob ich... Ich hab's doch was geklärt. Du hast mich wie zu Hause. Danke, dass wir heute hier zusammen sind und für das lecker Essen, das du uns auf den Tisch gestellt hast. Es wird bestimmt gut schmecken. Amen. Hast du noch Angst vor der Hölle? Nee. Religion ist was für schwache Leute. Für die, die eh schon unten sind. Weißt du, damit die daran glauben können, dass es irgendwo noch einen Sinn gibt? Manchmal muss man sich wehren. Wenn ich nicht glauben könnte, dann hätte ich gar nichts. Wieso soll man denn leben, wenn man nicht an das Gute glauben kann? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Und pass auf die Familie auf, wenn ich mal nicht da bin. Geh, lass mich nicht. Was habt ihr denn hier für einen kranken Deal gemacht? Glaubst du, damit hilfst du mir? Versprech mir, dass du nie wieder zu uns zurückkommst. Ich vermisch. Hilf mir stark zu sein. Besieg meine Zweifel und schenk mir deine Kraft, die Liebe es nicht tot zu kriegen.